Liebe Hörer, diese Sendung können Sie vollständig auf kontrafunk.radio hören. Hier gibt es aus lizenzrechtlichen Gründen eine, jedoch nur um die Musikanteile, gekürzte Version. Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Es ist der 29. August 2024. Ich bin Benjamin Gollme. Zu Beginn unserer Sendung möchten wir Sie auf die neue Ausgabe der Jungen Freiheit hinweisen. Wen wählt der Osten? Werden Björn Höcke und Jörg Oban Ministerpräsidenten? Die JF hat in ihrer neuen Ausgabe mit den beiden ostdeutschen AfD-Spitzenpolitikern gesprochen. In Thüringen erwartet Björn Höcke einen historischen Erfolg und hofft auf einen Impuls, der ganz Deutschland erfasst. Die Junge Freiheit beauftragte exklusiv das Meinungsforschungsinstitut INSA mit einer Umfrage zu den Landtagswahlen. Lesen Sie in der neuen JF, ob die Befragten die AfD in Regierungsverantwortung sehen wollen und wie sie die Brandmauer gegen die Partei bewerten. Dieses und weitere wichtige Themen lesen Sie in der neuen Jungen Freiheit, heute online auf jf.de und ab Freitag am Kiosk. Und nach dieser Werbung kommen wir nun zu den heutigen Themen von Kontrafunk aktuell. Hallo, ich heiße Stefan Weil und ich habe schon ein bisschen Anteil daran, dass sich euer Leben gerade ganz schön geändert hat. Die Schulen sind zu, die Kitas sind zu, die Spielplätze sind zu. Also es ist schon eine tolle Veränderung und es tut mir wirklich leid, dass euer Leben jetzt anders ist als vorher. So klang Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil im März 2020. Er und seine Kollegen aus der hohen Politik haben das Leben der Kinder später noch mehr beeinträchtigt. Maskenpflicht im Unterricht haben sie angeordnet, teils sogar Maskenpflicht im Sportunterricht. Dagegen hat ein Familienrichter in Weimar dann ein Urteil gesprochen. Richter Christian Detmar schaffte die Maskenpflicht an zwei Schulen kurzzeitig ab. Dann aber landete er selbst vor Gericht und wurde zu zwei Jahren Haft verurteilt. Jetzt gibt es Neuigkeiten. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat sich mit dem Fall befasst. Darüber sprechen wir mit Rechtsanwalt Michael Moser, der für Kontrafunk dabei war. Außerdem bei uns Pavel Durov in Paris festgenommen. Der Gründer des sozialen Netzwerks Telegram kam in französische Untersuchungshaft. Telegram ist Politikern schon länger ein Dorn im Auge. Im Januar 2022 hat sich Boris Pistorius zu Telegram geäußert, damals noch als Innenminister von Niedersachsen. Es gibt die Hebel und es gibt die Möglichkeiten im Übrigen auch, mit Apple und Google darüber zu sprechen, was ein Schritt wäre. Kein durchschlagender, aber ein Schritt wäre, die Angebote für die Telegram-App aus den Stores zu nehmen. Schlicht und ergreifend, um die Verupdatung zu erschweren, die notwendig ist regelmäßig, aber auch um deutlich zu machen, Telegram ist nicht mehr so einfach zu bekommen und zu bedienen. Über die Festnahme von Pavel Durov und die Frage der Zensur in sozialen Medien sprechen wir mit Andreas Wiebe. Er betreibt die anonyme Suchmaschine SwissCows. Und wir begrüßen den Bauernpräsidenten der Schweiz und Nationalrat Markus Ritter. Mit ihm sprechen wir über die Volksinitiative zur Biodiversität. Darüber stimmen die Schweizer am 22. September ab und Ritter sieht die Initiative kritisch. Das hören Sie heute bei Kontrafunk aktuell. Im April 2021 sitzen die Kinder in Deutschland hinter Masken. Während des Unterrichts müssen sie Mund und Nase bedecken. Stundenlang tragen sie den OP-Schutz im Gesicht. Ein Familienrichter in Weimar sieht darin eine Kindeswohlgefährdung. Er ordnet an, dass zwei Schulen der Stadt in Thüringen die Maskenpflicht nicht mehr durchsetzen dürfen. Richter Christian Detmar wird über Nacht zu einem Hoffnungsträger der maßnahmenkritischen Bewegung. Doch kurze Zeit später ist der Spuk vorbei. Die nächste Instanz hebt das Urteil auf und die Masken werden in Weimar weitergetragen. Bei Richter Detmar und weiteren Personen werden Hausdurchsuchungen durchgeführt. Vor rund einem Jahr wird er dann zu zwei Jahren Haft verurteilt. Das Landgericht Erfurt sah den Tatbestand der Rechtsbeugung gegeben. Gegen dieses Urteil gingen dann Staatsanwaltschaft und Verteidigung in Revision. Die wurde gestern am Bundesgerichtshof in Karlsruhe verhandelt. Für Konterfunk war Rechtsanwalt Michael Moser als Prozessbeobachter vor Ort. Herr Moser, guten Tag. Herzliches Gott, Herr Gollmer. Beschreiben Sie uns bitte zunächst mal die Atmosphäre des Verfahrens vor Ort in Karlsruhe. Der Bundesgerichtshof verhandelt die Strafsachen in der Außenstelle in der Rindheimer Querallee. Das nennt man in Karlsruhe die Waldstadt. Es ist ein bisschen abseits, schön gelegen. Da war schon mal das Bundesverfassungsgericht ausgelagert, als die im Schlossbezirk umgebaut haben. Das Gelände ist umgeben von einem hohen Metallzaun, etwa sechs Meter hoch. Und ich war etwa zwei Stunden vor Termin angereist und hatte mich gewundert, dass schon da etwa zehn Leute vor dem Drehtor standen, aber kein Einlass zu bekommen war. Es hieß dann, wir kommen erst so eine halbe Stunde vorher rein. Und als die Schlange dann immer länger wurde, hieß es dann, okay, wir kommen vielleicht eine Dreiviertelstunde früher rein. Das hat sich alles als viel zu langwierig herausgestellt, denn es waren Sicherheitskontrollen durchzuführen. Es wurde jeder kontrolliert wie am Flughafen, sodass dann letztlich die Verhandlung mit deutlicher Verspätung, nämlich erst um kurz vor zwölf Uhr begann, obwohl sie auf 10.30 Uhr angesetzt war. Es wurden noch Stuhlreihen hineingetragen. Es waren letztlich dann, man schätzt so 75, 80 Leute im Gerichtssaal. Waren das Journalisten, Prozessbeobachter oder waren das auch Unterstützer vom Richter? Es waren einige Journalisten. Es waren auch Fernsehteams vorhanden. Es war Fachpresse vorhanden. Es waren auch viele interessierte Richter anwesend aus unteren Instanzen, die mit dem Netzwerk Kritische Richter und Staatsanwälte verbunden sind. Ein Kollege aus der Schweiz kam extra angereist. Also das Interesse war sehr groß und es waren auch einige Unterstützer anwesend. Helfen Sie uns zunächst mal mit der Begrifflichkeit. Was ist denn eine Revision? Was hat der Bundesgerichtshof dazu entscheiden? Die Revision ist nach dem landgerichtlichen Urteil in Strafsachen die letzte verbliebene Rechtsmittelinstanz. Das Urteil des Landgerichts wird aber in der Revision nur auf Rechtsfehler überprüft, also nicht mehr neue Tatsachen festgestellt, sondern es wird nur geguckt. Das Urteil, das in der Akte ist, trägt sich das oder sind da Rechtsfehler vorhanden? Beide Seiten haben den Bundesgerichtshof angerufen. Die Staatsanwaltschaft wollte Richter Detmar im Gefängnis sehen und zwar für drei Jahre ohne Bewährung. Welche Rechtsfehler hat die Staatsanwaltschaft geltend gemacht? Das ist tatsächlich auch eine kleine Sensation. Denn der Vertreter der Generalbundesanwaltschaft hat selbst gestern in der mündlichen Verhandlung die Aufhebung des Urteils beantragt, denn der Generalbundesanwalt ist der Auffassung, dass das landgerichtliche Urteil handwerkliche Fehler hat, die die Aufhebung rechtfertigen. Das an sich ist eine kleine Sensation und deswegen können wir davon ausgehen, dass das Urteil nicht Bestand haben wird. Es sind mangelnde Feststellungen zum subjektiven Tatbestand gerügt worden. Das heißt, die Frage, die Rechtsbeordnung kann nur vorsätzlich begangen werden und dazu sagt der Generalbundesanwalt, da fehlen Ausführungen und Feststellungen im Urteil in Erfurt. Dann müssen wir jetzt tatsächlich auch in die Angelegenheit reingehen, was Richter Detmar da vorgeworfen wird. Vorgeworfen wird ihm ja, dass er im Vorfeld sich den Prozess quasi selber organisiert haben soll, indem er Absprachen getroffen hat, dass der Fall zu ihm kommen soll. Dann soll er während der Verhandlung Gutachter beauftragt haben, die auf jeden Fall das bestätigen, was er hören möchte, nämlich, dass die Masken schädlich sein können. Und darauf hätte er dann sein Urteil begründet. Ist das soweit so richtig? Das ist schon so richtig, was man so hört aus Erfurt. Interessanterweise spielte das heute in der mündlichen Verhandlung kaum eine Rolle. Der Berichterstatter hat nur in der Einführung in den Sach- und Streitstand darauf hingewiesen, ja, da steht im Urteil drin, er hätte sich selber vielleicht ablehnen müssen oder seine Vorbefasstheit hätte er anzeigen müssen. Aber tatsächlich war er für einen Fall, den er entschieden hat, zuständig, für den anderen Fall möglicherweise nicht. Das war nicht das entscheidende Kriterium in der mündlichen Verhandlung. Der Straftatbestand der Rechtsbeugung ist ein, um es höflich auszudrücken, ein wenig konturierter Straftatbestand. Der Richter muss sich im Ergebnis soweit vom Recht entfernen, dass ein nicht mehr tragbares Ergebnis herauskommt. Das ist insofern auch nochmal schwierig, weil ja nicht eine inhaltliche Kontrolle stattfinden soll, also nicht jedes falsche Urteil ist zugleich eine Rechtsbeugung, sondern da muss eben noch etwas mehr hinzu, der subjektive Tatbestand, auch der Wille, das Recht zu beugen. Und das Gesetz sagt dann auch noch, zum Vorteil oder zum Nachteil einer Partei. Und hier haben wir nochmal ein Problem in dem Sachverhalt, denn zu wessen Vor- oder Nachteil hätte er denn entschieden? Die Kinder waren nicht Beteiligte, sondern Betroffene und der Freistaat Thüringen war Verfahrensbeteiligter, aber zu seinem Nachteil wurde er auch nicht entschieden. Also auch das ist ein Rechtsproblem, dass man sich erhofft, vom BGH klargezogen zu bekommen. Sie sagten, dass der Generalbundesanwalt selber der Ansicht ist, dass da Fehler passiert sind, aber hat er nicht ohnehin hier die Rolle der Staatsanwaltschaft aus Erfurt? Also ist es nicht genau das, was die Staatsanwaltschaft auch wollte? Nee, der Generalbundesanwalt verteidigt in aller Regel die angegriffenen Urteile aus der Instanz. Wenn er selbst zum Ergebnis kommt, dass da ein Rechtsfehler vorhanden ist und er selbst dann die Aufhebung und Zurückverweisung beantragt, ja, dann muss man davon ausgehen, da ist ein derber Fehler passiert. Nun haben ja Staatsanwaltschaft und Verteidigung Karlsruhe angerufen. Dementsprechend ist doch dieser Ausblick im Sinne von beiden? Die Verteidigung ist ein bisschen weitergegangen. Die Verteidigung hat Freispruch beantragt. Die Verteidigung, Kollege Strate ist der Hauptverteidiger, ist der Auffassung, dass sich Herr Detmar nicht so weit vom Recht entfernt hat, wie die Staatsanwaltschaft das meint, sondern dass er genau in seinem Pflichtenkanon, in seiner Zuständigkeit geblieben ist. Das war dann auch noch Diskussionsstoff zwischen der Richterbank und der Verteidigung. Einer der Richter sprach etwas süffisant von einer Superermächtigungsnorm in diesem Paragraf 1666 BGB. Aber das, glaube ich, war eher provokativ gemeint. Kollege Strate hat betont, dass das Vormundschaftsgericht in allen Fällen das sogenannte Wächteramt der staatlichen Gemeinschaft über das Wohl der Kinder auszuüben hat. Und genau das hätte Richter Detmar gemacht. Denn ja, damals war es in der Rechtsprechung eigentlich kein Thema. Kinder müssen Masken tragen. Es war auch die Rede von einer Tortur für die Kinder. Und wenn ein Kind mal sich die Maske von der Nase gezogen hat, weil es nicht mehr atmen konnte, ja, dann wäre es ja möglicherweise schon bestraft worden in der Schule. Also alles das ist jetzt etwas, von wo man sagen kann, ein Teil der noch nicht stattfindenden, aber sehr notwendigen Aufarbeitung von Corona, die jetzt eben beim BGH angekommen ist. Die Tendenz geht also aus Ihrer Sicht dazu, dass das Urteil von Erfurt keinen Bestand hat. Welche Konsequenzen hat das dann? Es hängt jetzt zunächst mal davon ab, ob der erkennende Zweite Strafsenat zum Ergebnis kommt, dass er selber freisprechen kann. Das wäre etwas, was in der Fachliteratur wünschenswert wäre. Da gibt es einen namhaften Fachaufsatz von der Professorin Huven-Rostalski, die auch die Widersprüchlichkeit der bisherigen BGH-Rechtsprechung zum Thema Rechtsbeugung herausgearbeitet haben. Das könnte der BGH jetzt klarziehen. Wenn er das nicht tun will, oder meint der Fall, gäbe dazu keinen Anlass, dann wird das Landgericht Erfurt, aber eine andere Strafkammer, den Fall nochmal von vorne an aufarbeiten müssen. Es gibt also eine komplett neue Hauptverhandlung, die auch mit einem komplett anderen Ergebnis enden kann. Und auch dort hätte wieder die Verteidigung die Möglichkeit, in Revision zu gehen. Also es kann noch eine ganze Zeit lang dauern, bis wir hier Rechtsklarheit haben. Was bedeutet das jetzt im Moment für Christian Detmar? Ja, momentan ist noch beschwert mit diesem Urteil, zwei Jahre auf Bewährung. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Die Vorsitzende Richterin sagte in der Verhandlung auch, dass der Fall und der Senat sei sich dessen bewusst für den Richter Detmar erhebliche Bedeutung hat, weil eine solche Verurteilung ja auch seine Entfernung aus dem Richteramt zwingend zur Folge hat, sodass von dem Urteil einiges abhängt. Möglicherweise sehen wir einen neu erstarkten Richter Detmar, wenn er freigesprochen wird. Ja, derzeit ist er also Richter. Wenn das Urteil Bestand hätte, wäre er nicht mehr Richter? Das Dienstgericht hat ihn vorläufig aus dem Dienst entfernt. Das ist schon durch, weil eben diese Verurteilung erfolgt ist. Das heißt, er bekommt derzeit auch kein Gehalt? Nein, kein Gehalt und ist momentan auch ohne Ruhestandsbezüge. Also er ist momentan ein mittelloser, armer Richter, ehemaliger Richter. Welchen Eindruck macht er auf Sie? Einen wohltuend reflektierten und ruhigen Eindruck. Das ist tatsächlich etwas, was ich aus der Verhandlung mitnehme. Er hatte auch sein letztes Wort, das dem Angeklagten ja zusteht, sehr wohl gewählt und hat auch nochmal betont, dass Richter zu sein, er ist seit 1996 Richter und überwiegend in Familiensachen tätig, dass die Kinder ihm besonders am Herzen liegen. Er sagt, es ist ein Herzensanliegen, für die Kinder tätig zu sein. Das nimmt man ihm ab. Und er sagt ja auch, diesen Fall hat er so aufmerksam geführt, er hat mit Kollegen gesprochen, er hat die Zuständigkeit abgewogen, er hat Kommentare gewälzt, sodass man ihm das abnimmt als außenstehender Beobachter. Wir wissen allerdings auch, dass beim subjektiven Tatbestand, also bei der Frage Vorsatz, ja oder nein, die Gerichte häufig zu anderen Einschätzungen kommen. Im April 2021 hat der Familienrichter Christian Detmar ein Urteil gesprochen, dass die Maskenpflicht in Weimar an zwei Schulen kippte. Das brachte ihm dann den Vorwurf der Rechtsbeugung ein. Er wurde zu zwei Jahren Haft verurteilt, zur Bewährung ausgesetzt. Gestern hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe über die Revision beraten und eine Entscheidung wird für den 20. November erwartet. Für Kontrafunk dabei war Rechtsanwalt Michael Moser. Ihn kennen Sie auch aus unserer Sendung der Rechtsstaat, die morgen wieder im Kontrafunk läuft. Herr Moser, herzlichen Dank. Sehr gerne, Herr Gullmann. Ein Afghaner ermordet in Mannheim einen Polizisten. Ein Afghane überfällt Menschen auf einer privaten Gartenparty und sticht mit einem messerähnlichen Gegenstand auf sie ein. Ein Syrer sticht drei Menschen in Solingen. Ein Mann aus Somalia sticht in Waltershausen in Tötungsabsicht zu. Diese Meldungen stammen aus dem deutschen Sommer 2024. Die jüngste ist vom Montag. Es reicht, das sagt Cora Stephan in unserem Kommentar des Tages. Zeitenwende, es reicht. Jetzt aber die volle Härte des Rechts. Wir greifen durch. Wer glaubt sie denn noch, die starken Sprüche, neun Jahre nach dem Beginn des Desasters? Und dass es eins ist, zeigt sich mittlerweile beinahe täglich. Die Morde von Solingen in der Stadt der scharfen Messer haben gezeigt, wie lächerlich es ist, über Waffenverbote zu reden, wenn es doch im Grunde darum geht, diejenigen, die welche Waffen auch immer zum Morden nutzen, daran zu hindern. Es ist nicht das Messer. Es ist der Messermörder, dessen wir uns erwehren müssen. Der Mörder von Solingen musste bloß eines aus der Küche der Flüchtlingsunterkunft nehmen. Jedes Messer ist geeignet zu töten, wenn es die Halsschlagader trifft. Also, was tun, was schon längst hätte getan werden müssen? Gibt es erst jetzt einen Kontrollverlust? CDU-Chef Friedrich Merz attackiert Kanzler Scholz. Der sei dabei, sein Land zu verlieren. Man müsse Grenzschließungen, Zurückweisungen, Einwanderungsstops erwägen. Und, jetzt kommt die eiserne Faust, Wenn die Gesetze dies nicht hergeben, müssen eben die Gesetze geändert werden. Und der Friedrich Merz hat da so eine Idee. Emissiere aus Union und SPD sollen einen Gesetzesvorschlag erarbeiten und noch im September in den Bundestag einbringen. Dafür wird der Fraktionszwang aufgehoben. Das würde für eine Mehrheit von SPD und Union reichen. Dann werde man das Dublin-Abkommen wieder in Kraft setzen, demzufolge Deutschland niemandem Asyl gewähren muss, der zuvor ein anderes EU-Land betreten hat. Falls die EU blockiert, soll eine nationale Notlage ausgerufen werden, womit Deutschland EU-Recht außer Kraft setzen kann. Schutz der Bevölkerung müsse Priorität haben. Wäre ja mal ganz was Neues. Hilfreich wäre auch, schlägt Finanzminister Lindner vor, keine Migranten, der über ein EU-Land kommt, Sozialleistungen zu gewähren. In der Tat. Würde Deutschland endlich konsequent die lockenden Honigtöpfe wegräumen, wäre das Problem schon etwas weniger groß. Und muss das Innenministerium wirklich eine Plattform fördern, auf der es detaillierte Tipps zur Verhinderung einer Abschiebung gibt? Mittlerweile ist auch bekannt, dass man nur ordentlich randalieren muss, damit eine vonstattengehende Abschiebung abgebrochen wird und der Randalierer wieder nach Hause gehen darf. Was zum Teufel stimmt nicht mit diesem Land? Besser gesagt, mit seinen Politikern. Nun, Friedrich Merzens Gesprächsangebot an Olaf Scholz könnte der CDU in den kommenden Wahlen nützen. Aber nein, Merz hat natürlich nur das Wohl des Landes im Sinn, nicht schnöde Parteipolitik, was man ihm nicht nur in den Medien kaum abnimmt. Wenigstens kann man ihm zugutehalten, dass er sich als erster CDUler für den großen Anteil seiner Partei an der Notlage entschuldigt, was die Merkelisten in der Partei nicht freuen wird. Seine Partei, sagt er, die CDU, sei nicht unschuldig an der nun eingetretenen Situation. Wer hätte das gedacht? Doch die harte Hand wird schon kurze Zeit später wachsweich. Merz rudert in einem Schreiben an den Bundesvorstand der CDU bereits wieder zurück. Nein, an eine Änderung des Asylrechts sei nicht gedacht. Dazu Alice Weidel. Immer wieder das gleiche Gelaber. Sie fordert einen sofortigen Einwanderungs- und Einbürgungsstopp für mindestens fünf Jahre anstelle hohler Phrasen. Recht hat sie. Denn wir hören seit beinahe zehn Jahren nur Abwiegeln. Wer die als Seenotrettung getarnte Schleppertätigkeit übers Mittelmeer verurteilt, bekommt ein, Ja, sollen wir sie denn ertrinken lassen, zu hören und ist als Unmensch ein Tat. Statistiken über den Anteil von Asylbewerbern an Gewalt und Vergewaltigungsverbrechen wurden jahrelang geschönt. Die Identität der Täter wurde und wird nicht preisgegeben, um keinen Ausländerhass zu schüren. Eine europäische Lösung war nie in Sicht. Unsere Nachbarn sind ja froh, dass für die meisten Migranten Deutschland das Ziel ist. Die hässlichen Seiten der Willkommenskultur sind schon lange nicht mehr zu übersehen. Auch das Zusammenleben mit längst bestens integrierten Einwanderern hat Schaden genommen. Ob da noch etwas zu drehen ist, scheint fraglich. Denn längst gibt es eine lukrative Migrationsindustrie, die illegale Einwanderung organisiert, gefälschte Pässe bereitstellt, deutsche Beamte besticht und Schleppeorganisationen unterhält, oft noch unterstützt vom Auswärtigen Amt. Das Geschäft scheint mindestens so lohnend zu sein wie der Drogenhandel. Ob dagegen Zäune und Grenzkontrollen helfen? Es reicht in der Tat. Das war der Kommentar des Tages von Cora Stephan. Am 22. September sind die Schweizer aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Einige können das bereits jetzt tun, denn die Abstimmungsunterlagen sind bei ihnen bereits angekommen und die Briefwahl damit eröffnet. Abgestimmt wird unter anderem über die Biodiversitätsinitiative. Die hat in anderthalb Jahren die nötigen 100.000 Unterschriften erhalten. Nun braucht es eine Mehrheit von Stimmen und Kantonen. Die Biodiversitätsinitiative fordert, mehr Flächen und Geld für Maßnahmen auszugeben. Darunter versteht man unter anderem Renaturierungen, Schutzstreifen oder auch den Ernteverzicht bei Getreide. Dazu begrüssen wir Markus Ritter, der Biobauer ist Präsident des Schweizer Bauernverbands und Nationalrat für die Mitte. Herr Ritter, herzlich willkommen. Guten Tag. Pünktlich zum Abstimmungsbeginn haben sich über 100 Forscher zu Wort gemeldet und die zeigen sich besorgt über den Zustand der Biodiversität. Wie sehen Sie das? Ich widerspreche den Forschern nicht. Sie stellen fest, dass es in der Schweiz sehr viele bedrohte, gefährdete Arten gibt. Aber das hängt eben auch mit der Topografie und auch mit der speziellen Gegebenheit in der Schweiz zusammen. In der Welt gibt es fünf Klimazonen weltweit. Drei davon finden wir hier in der Schweiz, vom mediterranen Klima im Süden über das gemässigte Klima bis zum subalpinen Klima haben wir hier eine grosse Vielfältigkeit. Und darum haben wir sehr viele Lebensräume, kleine Lebensräume, auch mit kleinen Populationen. Und kleine Lebensräume mit kleinen Populationen sind per se eben gefährdet. Und darum haben wir in der Schweiz sehr viele Arten, die eben auch gefährdet sind. Die Neue Zürcher Zeitung hat am Sonntag einige Forscher zu Wort kommen lassen. Professor Florian Altermatt von der Uni Zürich sagt, es gibt einen wissenschaftlichen Konsens. Der Zustand der Biodiversität in der Schweiz ist besorgniserregend. Sie vom Bauernverband stellen sich dennoch gegen die Initiative. Wie kommt das? Ja, wir haben in den letzten 25 Jahren bezüglich Biodiversität eine eigentliche Trendwende erlebt. Die Schweizer Landwirtschaft unter anderem engagiert sich sehr stark für Biodiversität. Wir haben heute 19% Biodiversitätsförderflächen auf dem Kulturland. Das ist dreimal mehr, als wir haben müssten. Die Flächen weisen eine hohe Qualität auf, sind zu über 80% vernetzt. Also bieten hier auch die Möglichkeit, dass sich eben die entsprechende Flora und Fauna ideal auch austauschen kann. Und deshalb haben wir heute eine positive Entwicklung bei den meisten Arten, bei den Säugetieren, bei den Vögeln, bei den Amphibien, bei den Libellen, bei den Heuschrecken. Einzig bei den Reptilien haben wir nach wie vor eine schwierige Situation. Aber man darf heute feststellen, dass wir eine positive Entwicklung haben bei den meisten Arten aufgrund der grossen Anstrengungen in den letzten 25 Jahren. Darf ich Sie so verstehen, dass Sie diesem angeblichen wissenschaftlichen Konsens widersprechen? Also gibt es den aus Ihrer Sicht oder gibt es den nicht? Die Wissenschaftler sind sich einig, dass wir sehr viele bedrohte Arten haben, die gefährdet sind. Zudem habe ich bereits in meiner ersten Antwort Stellung genommen, warum das in der Schweiz so ist und warum das eben aufgrund der natürlichen Gegebenheiten so der Fall ist. Dem widerspreche ich nicht. Man muss es aber richtig einordnen können. Wir sehen, was wir getan haben, auf welchem Weg sich diese Arten heute befinden. Wir haben heute sehr viele Vögel, die wir nicht gekannt haben. Bei den Vögeln haben wir die besten Zahlen. Wir haben siebenmal mehr Rotmilane als vor 30 Jahren. Wir haben eine Verdreifachung der Bestände beim Wiedehop. Wir haben eine positive Entwicklung bei sehr vielen Vogelarten. Und das freut mich. Es gibt aber auch Vogelarten, die unter Druck sind. Wir dürfen aber auch feststellen, dass in den letzten 100 Jahren wohl neun Vogelarten aus der Schweiz verschwunden sind, sich aber auch 35 neue angesiedelt haben. Also man muss die ganze Sache sehr differenziert betrachten. Und dann kommt man durchaus zum Schluss, dass in den letzten 25 Jahren eine Trendwende eingetreten ist. Die Initiative zeichnet ein etwas grösseres Bild. Und es klingt ja auch zunächst mal plausibel. Die Schweiz hat eine wachsende Bevölkerung. Und die wachsende Bevölkerung nimmt vielleicht auch mehr Natur- oder Kulturlandschaft in Anspruch. Neue Siedlungen werden gebaut und drängen damit Blumen und Bienen zurück. Ist das etwas, was Sie auf dem Land beobachten? Ja, es ist schon so, dass der Druck natürlich gerade auf das Kulturland gross ist. Auf der einen Seite die Ansprüche der Gesellschaft, ein Wohnraum, eine Verkehrsfläche, aber auch eine Naherholung. Auch die Windenergieanlagen, die wir bauen wollen. Auch die weiteren erneuerbaren Wasserkraft- und PV-Anlagen. Vieles soll auf Kulturland stattfinden. Da findet ein eigentlicher Kampf statt. Und wir haben in der Schweiz relativ wenig Kulturland zur Verfügung, weil die Schweiz hat viele Alpine-Gebiete, viel Wald, auch Sömmerungsflächen. Und deshalb müssen wir dem Kulturland Sorge tragen. Und wir stellen schon fest, gerade in den dicht besiedelten Gebieten, dass der Druck auf unser Kulturland, auf die besten Böden, der ist gross. Das ist ja ein interessanter Punkt. Sie sagen, dass halt viele Flächen nicht zu bewirtschaften sind, wegen der Begebenheiten in der Schweiz. Darüber hinaus ist die Schweiz noch recht dicht besiedelt. Da könnte man auch sagen, lassen Sie uns die Landwirtschaft doch eher verlagern, hin zu weniger dicht besiedelten Ländern. Da gibt es ja in der Europäischen Union beispielsweise Rumänien, Bulgarien, dann gibt es die Ukraine. Ja, wir haben natürlich sicher die spezielle Situation, dass wir heute schon in der Schweiz weniger als die Hälfte der Lebensmittel, die wir brauchen, die produzieren wir selber weniger als die Hälfte. Also wir importieren mehr als die Hälfte der Lebensmittel. Es ist uns ein grosses Anliegen, dass wir diese Selbstversorgung halten können, dass das nicht weiter zurückgeht. Die Bevölkerung wächst aber stark. Letztes Jahr ist die ständige Wohnbevölkerung in unserem relativ kleinen Land um 146'000 Personen angewachsen. Das ist sehr viel. Also es ist sehr viel Dynamik in der Schweiz vorhanden. Die Wirtschaft läuft gut. Und das führt natürlich auch dazu, dass eine starke Entwicklung auf einem kleinen Gebiet stattfindet. In der Schweiz ist ja ein Viertel der Landesfläche, das sind hochalpine Gebiete mit vor allem Stein und Fels. Aber die stehen nur der Biodiversität zur Verfügung. 32% sind Wald, 12% sind Zümmerungsflächen und 5% bewirtschaften wir als Biodiversitätsförderfläche auf dem Kulturland. Das heisst, drei Viertel der Landesfläche der Schweiz, die werden nicht bewirtschaftet oder sehr extensiv. Nur 8% sind zurzeit überbaut. Und 18% macht das Kulturland aus, der Schweizer Landesfläche, das wir für die Ernährung der Bevölkerung von 9 Millionen Menschen nutzen können. Ist es denkbar, dass die Landwirte in Zukunft ein anderes Selbstverständnis haben? Also eher weg vom Landwirt, der Lebensmittel produziert und hin zu einem Energiewirt mit Sonnenkollektoren oder Windkraftanlagen oder eben auch zu einer Art Landwirtschaftswirt, der Brachflächen betreut? Also uns ist der Auftrag aus der Bundesverfassung gegeben, dass wir nachhaltig wirtschaften sollen. Und in der Nachhaltigkeit sind grundsätzlich, und das schon seit bald 30 Jahren, die Produktion von Lebensmitteln als einer der Hauptaufträge, aber auch die ökologischen Ziele, die wir in der Schweiz anstreben. Da gehört die Biodiversität, aber natürlich auch Aufgaben im Bereich der Energie dazu für Erneuerbare. Und natürlich die sozialen Ziele, die wir auch anstreben in den ländlichen Räumen, aber auch mit den entsprechenden Einkommen für die Bauernfamilien, die müssen im Einklang stehen. Das versuchen wir gleichermassen anzustreben. Auf diesem Weg sind wir. Und hier geht es natürlich darum, dass die Betriebe sehr unterschiedlich gelegen sind. Denn es ist ein grosser Unterschied, ob ich einen Betrieb im Mittelland habe, im Kanton Zürich oder Aargau usw. oder irgendwo im Kanton Graubünden oder Wallis, der sehr abgelegen ist, der sehr auch auf einer hohen Meterhöhe liegt. Das sind grosse Unterschiede. Und darum muss jeder Betrieb seinen Weg auch ein wenig selber finden, was für ihn stimmt, was für ihn richtig ist, bezüglich Produktion, bezüglich Energiewirtschaft, aber auch natürlich bezüglich Biodiversität. Das ist ja ein interessanter Punkt. Sie sind Biobauer, beziehungsweise haben Ihren Biobetrieb an Ihre Söhne weitergegeben, aber gleichzeitig auch Präsident des Bauernverbandes. Sehen Sie denn auch mit einer gewissen Kritik auf Ihre konventionellen Kollegen? Nein, wir versuchen in der Schweizer Landwirtschaft gemeinsam die Ziele zu erreichen. Wir haben einen grossen Konsens in der Schweizer Landwirtschaft, dass wir nicht eine Ideologie haben können im Schweizer Bauernverband, was richtig ist bezüglich Produktion, ob Bio oder nicht Bio, ob die weiteren Ökolabels gefördert werden sollen, sondern entscheidend ist, was wir auf den Märkten verkaufen können, was die Nachfrage ausmacht. Bioprodukte sind deutlich teurer in der Schweiz. Hier haben wir einen Marktanteil von 12%. Das ist gut so. Wenn er wachsen würde, würden wir auch mehr produzieren, aber wir können nur das produzieren zu höheren Preisen, was der Markt auch aufnimmt. Und das ist auch der Konsens im Schweizer Bauernverband, also nicht Ideologie bei uns, sondern was macht die Markennachfrage, was können wir verkaufen und wir müssen uns hier auf die Konsumentinnen ausrichten. Medial hat die Landwirtschaft nicht immer den besten Ruf, gerade auch wenn es um Diversität geht, Biodiversität. Da sieht man dann Monokulturen, grosse zusammenhängende Felder mit Raps beispielsweise. Durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln wächst in den Reihen nichts. Und die Befürchtung ist, dass das Pflanzenschutzmittel dann abgetragen wird in Becher oder Flüsse. Wie sehen Sie diese Darstellungen? In der Schweiz hat die Landwirtschaft generell einen guten Ruf. Das darf ich feststellen. Rund 80% der Bevölkerung geben regelmässig an, dass sie die Schweizer Landwirtschaft unterstützen, auch die Fördersysteme, die wir in der Schweiz haben. Die Verbundenheit mit den Bauern hier in der Schweiz ist gross. Wir sind auch nahe aufgrund der Naherholungsgebiete, auch die alpinen Gebiete für den Tourismus, die werden von der Landwirtschaft bewirtschaftet. Das heisst die Heimbetriebe oder auch die Sömmerungsflächen, die sehr grosse Flächen in der Schweiz ausmachen. Und das führt zu einer Nähe zur nichtbäuerlichen Bevölkerung, die auch mit unserer Kultur, mit unseren Traditionen verbunden ist. Da gibt es sehr viele Sendungen, auch im Fernsehen heute, über das Kochen, die Landfrauenküche. Ich habe noch nie die Ärztenküche gesehen oder die Küche der Juristen. Es gibt die Landfrauenküche. Es gibt Sportarten wie das Schwingen, die sehr nahe sind bei der Landwirtschaft. Es gibt in der Schweiz, wie auch in anderen Ländern, auch eine Bauerledig sucht. Ich habe noch nie eine Sendung gesehen mit irgendeinem Politikerledig sucht. Das sind wirklich die Bauern, die interessieren mit ihren Betrieben, mit ihren Tieren, auch mit ihren persönlichen Beispielen, die dann auch gerne in den Medien transportiert werden. Und das führt schon auch zu einer gewissen Nähe zur Landwirtschaft und zu unserer Lebensweise. Derzeit werden in der Schweiz bereits 600 Millionen Franken für Biodiversitätsmassnahmen ausgegeben. Können Sie uns einen Einblick geben, was da gemacht wird? Ja, das ist viel Geld. Und mit der Initiative sollte das ja nachher aufgestockt werden, was wir nicht befürworten. Diese 600 Millionen Franken werden unter anderem in der Landwirtschaft eingesetzt für die Förderung Biodiversitätsmassnahmen, sei es die Flächen, aber auch die Qualität wird speziell bezahlt, den Bauern, wenn wir hohe Pflanzenvielfalt haben, aber auch wenn wir Vernetzung der Flächen fördern mit Projekten. Da gibt es verschiedene Instrumente. Und diese Gelder werden zum Teil in der Landwirtschaft, aber zum Teil auch ausserhalb der Landwirtschaft eingesetzt, sei es für Beratungsmassnahmen oder Fördermassnahmen, die dann nicht auf dem Kulturland stattfinden. Sollte die Initiative erfolgreich sein, welche Konsequenzen werden sich dann für ihre Arbeit ergeben? Ja, die Initiative geht ja sehr weit und uns macht vor allem Sorge, was sich die Initianten vorstellen, wie die Initiative umgesetzt werden soll. In der Initiative hat es keine Zahlen, aber die Initianten haben sich insbesondere pro Natur klar dahingehend geäussert, dass sie 30% der Landesfläche unter Schutz stellen möchten. Heute erachten sie nur 8% in der notwendigen Qualität. Die Differenz wäre 22% der Landesfläche, das sind 900'000 Hektar, das ist sehr viel Fläche. Das würde den Kantonen Bern, Freiburg, Solothurn und Neuenburg entsprechen. Wenn das so umgesetzt würde, würde auch sehr viel Kulturland nochmals aus der Produktion genommen und entsprechend für die Biodiversität ausgeschieden, was uns Sorge bereitet, weil wir eben schon sehr wenige Lebensmittel produzieren im Verhältnis zum Gesamtverbrauch hier in der Schweiz. Die Initiative geht natürlich viel weiter als nur die Biodiversität. Das ist ja erst der dritte Buchstabe dann. Sie betrifft auch den Landschaftsschutz, den Ortsbildschutz, Kultur- und Naturdenkmäler, aber auch das baukulturelle Erbe, das bewahrt werden soll. Und das macht uns grosse Sorge, dass es eben auch dann viel schwieriger wäre, in der Schweiz noch Bauvorhaben zu realisieren, sei es bei den erneuerbaren Energien, aber auch landwirtschaftliche Bauten. Selbst in den Städten machen sie sich Sorgen, dass dann energetische Sanierungen schwierig umzusetzen wären in ISOS, also in diesen Schutzgebieten. Und die Initiative hat darum einen starken Ausbau der Schutzziele in der Bundesverfassung, auch als Ziel gegenüber den Nutzungszielen. Und das würde viel zu weit gehen. Am 22. September fällt die Entscheidung über die Biodiversitätsinitiative in der Schweiz. Bereits jetzt sind die Abstimmungsunterlagen unterwegs oder eingetroffen. Das Parlament und der Bundesrat lehnen die Initiative ab. Auch der Präsident des Schweizer Bauernverbands sieht sie kritisch. Mit ihm sprachen wir heute und bedanken uns bei Markus Ritter. Danke für ihn auch. Havel Durov ist ein Mann mit vielen Eigenschaften. Durov ist für manche ein Held der Meinungsfreiheit, für andere ein selbstverliebter Milliardär und für die französische Justiz wurde er am Samstag zum Häftling. Durov hat in den vergangenen Jahrzehnten gleich zwei der wichtigsten Plattformen der sozialen Medien geschaffen. Das Netzwerk Kontakt hier ist in Russland allgegenwärtig, bei uns eher weniger bekannt. Sein zweites Kind aber ist Telegram. Eine Plattform, die von Corona-Maßnahmenkritikern verwendet wurde, aber auch vom Deutschen Ministerium für Gesundheit. Wegen Telegram ist Pavel Durov am Samstag in Paris festgenommen worden. Ihm wird fehlende Moderation von Inhalten und mangelnde Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden vorgeworfen. Darüber sprechen wir mit Andreas Wiebe. Wiebe betreibt die Suchmaschine Swisscaus und den Messenger-Dienst Telegard. Herr Wiebe, guten Tag. Ja, und schönen guten Tag. Pavel Durov wird zur Last gelegt, dass auf Telegram Drogenhandel stattfinden würde, Cybermobbing und Terrorismusverherrlichung. Können Sie diese Vorwürfe nachvollziehen? Ja, das kann ich nachvollziehen, denn es ist tatsächlich in Telegram voll davon. Voll davon sogar? Ja, das ist im Grunde genommen ziemlich allen bekannt und Durov weiß es natürlich auch. Es ist nicht nur das. Es ist im Grunde genommen, ja, einerseits absolute Offenheit und Freiheit, aber es ist einfach viel zu viel. Inwieweit sind Dienste wie Telegram für die auf ihren Plattformen verbreiteten Inhalte selber verantwortlich? Ja, selbstverständlich sind die Plattformen selber dafür verantwortlich. Ich meine, wenn ich in diesem Sinne unterscheide zu dem, was ebenfalls unsere Plattform macht wie Telegard, dann liegt es in unserer Hand, entweder Informationsaustausch in diese Richtung auszutauschen, ja oder nein. Und deshalb weiß selbstverständlich Durov, dass eben solche Informationen in Telegram vorhanden sind. Ich vermute, dass er einfach grundsätzlich verallgemeinert und meint, okay gut, allgemeine Informationsfreiheit ist gegeben und da soll jeder alles austauschen, gleich um was es geht. Aber das ist definitiv ihm bekannt und er kann das eben steuern. Das eine Thema ist jetzt natürlich Drogenhandel oder auch Kinderprostitution oder Abbildung von Kindesmissbrauch. Anders verhält es sich dann, wenn es um politische Inhalte geht. In Deutschland gab es ja den Fall Attila Hildmann. Der Kochbuchautor hatte während der Covid-Maßnahmen angefangen, sich auch politisch zu äußern. Später wurde sein Telegram-Kanal dann gelöscht. Wie sehen Sie Löschung von politischen Inhalten? Ja, das ist immer eine Sache von zwei Seiten. Und selbstverständlich müsste hier eben gerade eine gewisse Freiheit stattfinden. Hier unterscheide ich klar zwischen dem, was wir vorher besprochen haben, über Pornoaustausch und Gewalt. Wenn wir jetzt über politische Themen austauschen, wenn einer etwas darüber spricht, das müsste gegeben sein. Bei uns zum Beispiel in Telegram die AfD jetzt auszuschließen, dann ist es falsch. Oder er weiß, was ich. An dieser Stelle könnte ich eher dahin tendieren, und dass ich sage, okay, das Thema möchte ich nicht haben. Deswegen wird das in Telegram nicht gegeben. Das ist auch meinerseits falsch. Attila Hildmann ist auch deswegen ein ganz interessanter Fall, weil er zunächst die Maßnahmen gegen Covid-19 kritisierte, dann aber immer heftigere Äußerungen tätigte, sich dann auch klar zu Antisemitismus bekannte und auch Kalkaturen veröffentlichte. Wo ist denn dann der Punkt, wo man sagt, also hier ist es noch freie Meinungsäußerung und hier wird es jetzt aber radikal und gefährlich? Ja, Sie sagen es. Das ist gerade der Punkt, wo es zweideutig gesehen wird. Und ich meine, selbstverständlich müsste es irgendwo von der Regierung aus kommen, dass man eben Informationsaustausch in diese Richtung gegeben sein sollte. Aber meiner Meinung nach ist es nicht das Thema vom Telegram. Das heißt, ich finde es nicht, dass Telegram hier zum Beispiel eingreifen sollte und diese Stopp-Masch dann erlauben sollte. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hat gerade öffentlich gemacht, dass er auch während Covid-19 Druck der US-Regierung verspürt hat, bei Facebook gewisse Inhalte zu zensieren. Das wäre jetzt ja dann der Fall, dass die Regierung sagt, da ist etwas, was sie löschen sollten. Ist aber auch kritisch, weil es ja hier um Regierungskritik geht. Das habe ich auch mitbekommen, das, was eben Zuckerberg gemacht hat. Aber in Richtung Zuckerberg bin ich auch wiederum etwas skeptisch. Ich meine, dass er wahrscheinlich genau diese Richtung ausgesprochen hatte. Wir haben ja mitbekommen im Fall, wo Elon Musk öffentlich mitgeteilt hatte, dass die amerikanische Regierung und die europäische Regierung hier gerne zensieren möchte und dass andere Unternehmen wie Zuckerberg an der Stelle eben da mitgemacht haben. Ich denke, das ist einfach nur rein politisch seine Zeit, um zu zeigen, okay, gut, das sollte ich jetzt nicht machen. Aber er zieht mit und er unterstützt das an der Stelle, das, was die amerikanische Regierung zieht. Sie haben absolut recht. Ich betrachte grundsätzlich als Datenschützer des Internets an dieser Stelle, es darf nicht alles zensiert werden. Und Menschen sollen eine gewisse Freiheit haben, etwas auszusprechen. Und dafür bin ich. Die Problematik während Covid-19 war ja, dass auf YouTube auch gelöscht wurde. Wenn man beispielsweise bei YouTube gesagt hätte, dass die Infektionszahlen nicht aussagekräftig sind, weil nicht klar ist, bei welchem CT-Wert der PCR-Test positiv ist und das überhaupt nichts über die Krankheitslast aussagt, dann hätte man gesperrt werden können und zensiert werden können. Dabei wissen wir heute deutlich mehr über diese Zusammenhänge. Verstehen Sie die Gefahr, die besteht, wenn man solche Inhalte grundsätzlich zensiert? Würden Sie dann sogar so weit gehen, zu sagen, wir dürfen gar nichts zensieren? Sie haben ja genau den Fall beschrieben. Also schlussendlich, wenn wir jetzt über Corona-Sachen sprechen und erstmal wird uns gesagt, dass das eben keinen Schaden gibt und so weiter und dann schlussendlich erfahren wir von der Regierung aus, dass Herr Lauterbach in allem Munde eben sagt, ja, das war falsch und die Reaktionen, die gewesen waren, das waren falsch und so weiter. Da muss man sagen, okay, inwieweit waren diese Personen, die dann öffentlich oder YouTube eben ausgesprochen haben, haben gesagt, okay, das ist jetzt falsch, was die Regierung aussagt. Anscheinend haben wir recht. Und wäre ich jetzt ein Betreiber von YouTube, würde ich das nicht zensieren. Ich würde das eben hier an dieser Stelle Freiheit gelten lassen. Der EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton hat ja vor einigen Tagen eine Warnung an X und Elon Musk geschickt. Nun also die Festnahme von Pavel Durov. Sehen Sie da Zusammenhänge oder sind das unterschiedliche Fälle? Ich finde, das sind absolut unterschiedliche Fälle. Auch nichtsdestotrotz denke ich, es ist eine gewisse Warnung an Elon Musk. Ehre. Elon Musk ist ja doch deutlich stärker als Pavel Durov, das ist ganz klar. Ich denke, hier geht es um rein politische Themen und sogar eben weniger um die Channel-Inhalte, von denen wir eben vorher gesprochen haben. Die EU-Abgeordnete Christine Andersen sagte bei uns im Kontrafunk, es gehe hier um Deutungshoheit. Die EU wolle die Deutungshoheit über die Wahrheit und die Kontrolle über die Netzwerke. Wie sehen Sie diese Befürchtung? Das ist fatal und das darf nicht dazu kommen, denn grundsätzlich ist ja Internet frei und es gibt hier keine Grenzen. Und wenn der Staat hier beginnt, eben an der Stelle diese Plattformen zuzumachen und eben dann vorzuschreiben, was gesagt werden darf und was nicht, das ist für mich reiner Kommunismus. Würden Sie sagen, dass Telegram eine Daseinsberechtigung hat? Ich meine, es wird jetzt ja nicht von Maßnahmenkritikern und dem Bundesgesundheitsministerium aus schließlich genutzt, sondern es gibt Informationen auch über den Krieg in der Ukraine und zwar auch von beiden Seiten. Also der Vorteil von Telegram ist ja, dass es eben gerade deswegen auch offen ist für unterschiedliche Nutzungen, auch für Nutzungen, die man kritisiert, wie für Nutzungen, die man eigentlich gut findet. Das hat absolute Daseinberechtigung vom Telegram und das, was Telegram macht, ist ja hervorragend. Und ich sage mal, das ist jetzt für mich stärker und interessanter an der Stelle als WhatsApp gesehen, obwohl es unser Wettbewerber ist. Aber Sie sagen ja absolut richtig, das heißt, wir sprechen jetzt hier von zwei Seiten. In Telegram stecken russische Seiten und genauso eben ukrainische Seiten, wie mit WDF, auf der anderen Seite der Selensky. Und die sollen ja deutlich, die sollen die Freiheit haben, darüber zu reden. Das finde ich absolut okay. In den vergangenen Tagen ging die Befürchtung um, Telegram könnte einfach so von den Telefonen verschwinden. Haben Apple oder Samsung die Möglichkeiten, das zu tun? Die Macht von Apple und Samsung oder Google an der Stelle eher, da sprechen wir ja von Android-Version quasi, ist mächtig. Und wir wissen auch zum Teil, wie Apple und Google an dieser Stelle eigentlich mitdenken. Das könnte stattfinden. Aber ich denke nicht, dass diese Großkonzerne so etwas machen werden. Denn es würde nichts anderes wie ein Baykott aussprechen für all diejenigen, die eben diese Plattform nutzen möchten. Das ist ja nicht wenig. Allein hier beim Telegram sprechen wir von etwa eine Milliarde Nutzern. Und das würde, denke ich, nicht weder Apple noch Google zulassen. Sie betreiben mit Swisscouse und Telegard ebenfalls Dienste, die für Privatsphäre und Anonymität sorgen sollen. Spüren Sie politischen Druck? Nein, also noch nicht. Ich denke, das ist der Grund, weil wir momentan noch eben etwas kleiner sind. Denn würde man jetzt betrachten, der gleiche Telegram mit einer Milliarde Nutzern. Man erreicht eine Menge an Menschen und man kann diese steuern. Deswegen, wir sind noch bei Weitem nicht an diesen Zahlen dran. Wir sprechen jetzt hier gerade mal von ungefähr 30, 40 Millionen. Aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, sobald Telegard und Swisscouse an der Stelle größer werden, dann wird das definitiv ein Thema. Wir hatten in der Vergangenheit, und darüber möchte ich jetzt quasi an Namen nicht aussprechen, aber bekannte Persönlichkeiten, die uns Angebote gemacht haben, dass wir eben Swisscouse zum Beispiel und Telegard verkaufen. Das haben wir selbstverständlich abgeschlagen. Jetzt gibt es ja ganz unterschiedliche Messenger-Dienste. Es gibt auch unterschiedliche Suchmaschinen. Dr. Go, Signal, Threema. Warum hat es jetzt noch bei Ihnen was Neues gebraucht? Ich glaube, das ist hier ein ganz wichtiges Thema, was die Bevölkerung weltweit noch nicht so richtig verstanden hat. Und das ist ja ziemlich schwierig. Das Thema ist eben, unter welchen Bedienungen und in welchem Land über Datenschutz sprechen wir. Also wenn wir jetzt hier über Dr. Go sprechen zum Beispiel oder Google, dann sprechen wir über Platz USA. Und USA ist ja bekannt dafür, dass sie eben unsere Daten speichern wollen und analysieren wollen und so weiter. Ebenfalls ist es Europa. Das heißt, wenn wir jetzt hier, ich kann das offen auch hier dementieren in Richtung Ecosia oder Submaschinen, die aus Europa kommen. Es ist ebenfalls genauso ein Thema, ein Dilemma für jeden Nutzer. Er ist genauso hier überwachbar wie in den USA, so auch in Europa. Wir haben damals den Unterschied gemacht, indem wir gesagt haben, wo sind denn unsere Nutzer überhaupt noch geschützt? Und so sind wir gestartet in der Schweiz. Das ist absolut Neutralität. Hier ist ein Schutzstatus gegeben, dass die Leute eben absolut neutral bleiben. Deshalb alle unsere Server, die gesamte Infrastruktur ist eben aus der Schweiz und nur dann ist es gegeben. Denn alles andere befindet sich in den USA und da kann das Unternehmen wie Dr. Go sich so gut wie möglich schützen. Aber schlussendlich steht das eben unter dem amerikanischen Recht. Und amerikanisches Recht darf jederzeit Informationen, Austausch verlangen. Ein Grund für die Nutzung von Google und Co. ist sicherlich auch der Burggraben, der da jetzt gebaut wurde. Also es ist einfach gewohnt. Es ist auch schon häufig vorinstalliert und man benutzt es jetzt seit 20 oder mehr Jahren. Meinen Sie, Sie können an Funktionalität da rankommen, was Google mit Multi-Multi-Multi-Milliarden entwickelt hat? Das ist nicht unser Ziel, denke ich. Wobei, wir sind ja jetzt mit Swisscaus nun tatsächlich zehn Jahre, gerade im August geworden. Das Ziel ist von uns, die Menschen aufzuklären und eben ein sicheres Internet zu bieten. Swisscaus und Telegaten, wie ich schon genannt habe, ist es ein echtes Ecosystem. Vor zehn Jahren haben die Menschen sich überhaupt noch gar nicht gefragt, was ist Datenschutz? Und heute sprechen nur alle Zeitungen darüber. Und ich bin dieser Meinung, dass Menschen immer mehr und immer mehr sich darüber informieren, was geschieht denn eigentlich im Internet? Was passiert denn da? Und sie haben absolut recht, über 20 Jahre kennen wir Google. Aber nichts ist ewig. Und ich glaube, ab einem bestimmten Zeitpunkt verstehen Menschen, dass sie manipuliert werden. Google ist ja dafür bekannt, dass sie ja nicht nur eine Suchmaschine ist, sondern eben auch Informationen steuert. Und sobald die Menschen das verstanden haben, denke ich, dass diese Auswanderung passieren wird in anderen Plattformen, so wie uns oder andere Wettbewerber von uns. Beihilfe zur Verbreitung von Kinderpornografie und zum Drogenhandel. Die Vorwürfe der französischen Justiz gegen Telegram-Gründer Pavel Duchov sind schwer. Dahinter steht die Frage, wie stark Telegram zensieren und gegen Nutzer vorgehen soll. Pavel Duchov wurde am Samstag am Pariser Flughafen Le Bourget festgenommen. Nach Medienberichten soll er bei der Festnahme gesagt haben, er würde sich am Abend mit Emmanuel Macron zum Essen treffen. Der Élysée-Palast hat das aber dementiert. Wir sprachen mit dem Gründer der Schweizer Suchmaschine Swisscaus und dem Messenger-Dienst Telegat Andreas Wiebe. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch. Dankeschön. Das war's für heute mit Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Wir sprachen mit Rechtsanwalt Michael Moser über die Revision von Christian Detmar vor dem Bundesgerichtshof. Es ist denkbar, dass das Verfahren gegen den Familienrichter neu aufgerollt werden muss. Detmar war zu zwei Jahren Haft wegen Rechtsbeugung verurteilt worden. Er hatte in einem Urteil die Maskenpflicht an Schulen in Weimar gekippt. Mit Andreas Wiebe ging es um die Verhaftung des Telegram-Gründers Pavel Durov und mit dem Schweizer Bauernpräsidenten Markus Ritter um die Biodiversitätsinitiative, die am 22. September zur Abstimmung steht. Mein Name ist Benjamin Gollme und ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden. Einen Hinweis haben wir aber noch für Sie. Heute Abend geht's wieder rund bei Bernhard Lassan. In seiner Sendung unter Freunden gibt es Musik und Mundart. Protestsongs können gut gelaunt vorgetragen werden. Das erfahren Sie heute ab 20.05 Uhr im Kontrafunk.